Freunde, einen wunderschönen Freitagabend. Herzlich willkommen zu diesem Geburtstag-Stream. Anschließend, bloß zu diesem Sub-Marathon. Freunde, was geht? Es freut mich sehr, hier zu sein dürfen, zum Geburtstag. Ja, ey. Was geht, was geht? Was geht? Halt doch dein Maul! Digger! Ach, du scheiße! Digger, ich bin gefickt. Ich bin so gefickt. Scheiße. Ach, komm doch! 48 Stunden, leck mich am Arsch! Das ist ein Scherz, oder? Oh, scheiße! Noch nicht, ich kann gerne vorbeikommen. Scheiße! 48 Stunden mit 100 Zapps! Ich kink, ich kink, ich kink, Krise! Ich kink, ne Krise! Oh, Zapp, wie dank ich für 100 Zapp! Also, scheiße! Oh, scheiße, Stufe 11, hau doch ab! Alter! Ach, wow! Ich wurde komplett gefickt, einfach so! Einfach jetzt schon! Achtung, 40 Stunden! Oh, Scheiße. Oh, Zombie, Dankeschön. Aber was zum Fick. Ich glaube, das war ein Fehler nochmal mit dem Sub-Marathon. Ich glaube, wir müssen uns zurückziehen. Ich glaube, wir müssen uns definitiv zurückziehen. Oh. Alter. Scheiße. Ey, so eine Scheiße. 48 Stunden. Zombie, du bist... Du bist geistesgeschört. Du bist geistesgeschört. Arsch. Scheiße. Boah. Digga, also ihr habt doch einen Schaden offen. Also ihr habt doch wirklich einen Schaden offen, ey. Verdammte Kacki, ich bin da erste 10 Minuten live. Alter. Scheiße. 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 Ach. Warum fängt das so an? Auf jeden Fall Gottes Dankeschön Für jeden Einzelnen Danke für die ganzen Glückwünsche Dankeschön für die ganzen Geschenke Wirklich mega mega lieb von euch Dankeschön Alter Zombie danke aber Warum Scheiße Ja komm Chat Scheiß schnell Wir sind jetzt um bei 48 Stunden Wir sind jetzt um bei 48 Stunden Das können wir vergessen Alter Jetzt kommt der so auch noch Alter What's going on Leute Ich habe euch lieb Aber ich hasse euch zugleich Danke für 200 Bits Danke für 8 Bits Für die Alter Danke Danke Leute Wirklich Kurz geht raus Und jeden Einzelnen von euch Danke 49 Stunden Ihr habt keine Hobbys Oder Danke 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 Wirklich Danke Also das war es definitiv Nicht mit einem Tag Ich sitze jetzt safe Drei Tage dran Wenn sogar nicht länger Scheiße Benz und Läger Ach scheiße Dankeschön By the way An Kiri Dankeschön Leute Ja Fuck off Fuck off Wirklich Ich habe euch alle lieben Aber Ey Ich habe nicht dafür Einen Submarathon gemacht Dass ich hier so 49 Stunden dran bin Das könnt ihr vergessen Ich meine Wir werden Wie gesagt Die Zeit Werden wir machen Alles klar Egal wie die Zeit hochgeht Ich habe ja kein Limit Alles Aber Alter Ich bin jetzt So bei 50 Stunden Fast Ey Wollt ihr mich verarschen Das war der Fehler Das war der Fehler Scheiße Heul nicht Nein Aber Mir fehlen die Worte Danke Zombie Oh Leute Jetzt haben wir noch anderes anzutun Bevor wir in die Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ich kann das nicht mehr. Ich will auch bleiben gehen. Ich will auch bleiben gehen und weinen gehen. Ich will weinen gehen. Ich will weinen gehen. Ich will weinen gehen mit 74 Stunden. Ich will weinen. Ich will weinen, aber Hardcore mit 74 Stunden. Ich will weinen gehen und die wieder kommen. 74 Stunden am Arsch. Am Arsch, Junge. Ich will weinen gehen. Ich will weinen gehen, aber Hardcore. Zombie, danke schön, aber... Ich kann das nicht mehr. 200 Subs, ich fress den Besen. Ich kann das nicht mehr. Ey, Zombie, danke wirklich von Herzen, aber... Was ist mit dir? Diga. Ich sitze bei 74 Stunden und freck jetzt und was? Ich will weinen gehen, okay. Mehr will ich nicht mehr. Mehr will ich einfach nicht für heute. Diga, ich will Hardcore weinen gehen. Mit 200, mit 200 Subs. Und dann kommen er, sonst bin ich ja noch hinterher mit so den Bits. Werfen auch noch Bits dazu, so... Ja, du hast noch nicht genug Stunden, wir müssen dir noch ein paar Bits reindrücken. Ihr habt doch alle nichts Besseres zu tun, oder? Ja, ich will weinen gehen, aber mit 200 Subs. Nicht mit den Stunden, ich will eher weinen gehen, einfach mehr als 200 Subs sind. Zombie, danke. Danke schön. Ich hab dich gehalten, danke schön, aber du bist auf den Arsch. Danke. Danke. Ich will einfach nur noch weinen gehen und viben. Sei froh, dass ich die Zeit verpeilt habe, sonst hättest du ein größeres Geschenk bekommen. Warum wäre es da? Leute, ihr habt es geschafft. Wollt ihr mein Model heute komplett zerstören? Ey, ihr habt es so geschafft mit 74. Danke. Dankeschön an euch, ihr seid die Besten, aber bitte vertreibt es nicht. Das ist, darum ist der Submarathon nicht gezwungen. Und wenn ich bei den 24 Stunden geblieben wäre, dann wäre ich geblieben, aber... Bro. Das ist heilige Scheiße. Darum ist das mein zweiter Submarathon und ich überlege mir, ob ich überhaupt dann noch einen mache. Weil das ist echt schlimm, ey. Boah, Alter. Ich glaube nicht, dass das bei 74 Stunden bleibt. Leider muss ich das so ehrlich sein. Ich kenne leider meine Leute zu gut langsam. Freunde, aber wir müssen sowieso jetzt noch zwei Videos angucken. Also ich wurde sozusagen gezwungen, zwei Videos noch anzugucken, vor ich überhaupt zum Zocken komme. Ah, ja. Dankeschön, Kiri. Dankeschön, Erza von Herzen. Also. Und zwar. Müssen wir einmal auf das hier reagieren, weil viele haben das gestern nicht gesehen. Mir wurde gestern einiges zugesendet. Ich muss nur gucken, ob der Sound drin ist. Jo. Ich muss darauf nochmal gucken und dann habe ich auch noch ein anderes Video bekommen. Ich bin echt sehr froh, dass du damals den Twitter-Post gemacht hast und dadurch auch gefragt hast, ob wir was machen. Und dadurch bin ich auch auf dich gekommen und durfte miterleben und sehen, dass du echt so ein lieber und sehr netter und sympathischer Mensch bist. Deine Streams sind auch immer sehr schön und ich bin auch immer gerne bei dir im Lurk und so weiter und so fort. Und meine Kamera spinnt schon wieder, ich könnte kotzen. Sorry. So, ich freue mich wirklich auch schon sehr auf unsere allererste Collab mit Cookie und Ryu chained together. Das hast du jetzt bekommen, Hust. Muss ich mir auch noch holen. Habe ich vollkommen vergessen. Aber egal. Du warst jetzt wichtiger. Heute ist dein Tag, heute geht es nur um dich. Also heute, morgen und so weiter und so fort. Ich freue mich schon sehr auf dein Geburtstagshymo. Ich bin auch dankbar, dass du mich eingeladen hast. Immer wieder, Gerd. Ich habe mich echt sehr gefreut. Auch wenn wir uns noch nicht so lange kennen, Patti. Du bist mir echt sehr schnell ans Herz gebacken. Du bleibst immer in meinem Herzen, egal was passiert. Und ich bin immer für dich da. Egal, wenn es dir nicht gut geht. Schreib mich an. Schreib es mich an. Wenn es dir nicht gut geht. So. Oh, Mann. Du bleibst hoffentlich immer für immer auch ein Freund von mir. Hoffe ich. Dass du mich nicht einfach verlässt. Viel Spaß. Und ja. Ich freue mich, dass ich dich auch einen Bruder nennen kann. Weil das bist du wirklich sehr für mich. Habe ich, durfte ich auch in den letzten Tagen, Wochen erfahren, dass du mir echt viel bedeutet. Und ich bin froh darüber. So, dann bekommst du noch ein Bruder nennen. Mega lieb, ey. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Patti. Happy Birthday to you. Nochmal alles Gute. Happy Birthday to you. Oder auch ein Alles Gute von Amber. Deswegen habe ich sie heute auch hier dabei. Sie hat dich auch sehr lieb. Und sie freut sich, dass du immer an meiner Seite bist. Ja. So. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß heute. Wir sehen uns dann morgen. Und gleich noch in deinem Chat. Freue mich schon sehr. Habt noch viel Spaß. Lass dich von deiner Community feiern. Weil du eine echt tolle und super Person bist. Und auch eine sehr tolle Community hast. Also dann. Bis dann. Habt noch viel Spaß. Bye bye. Tschutu. Egal. Happy Birthday to you. Buss. Ich bin noch lange live. Also den Spaß werde ich noch lange haben. Drei. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Oh scheiße. Oh. Zu einem habe ich noch ein anderes Video bekommen. Wo ich auch noch gucken muss jetzt. Danke schön Drei. Echt. Mega lieb. Danke. Oh. Das war falsch. Das wollte ich. Alles Gute zum Geburtstag. Okay. Also. Alles Liebe und Gute erstmal zum Geburtstag von mir, Patti. Ich habe dir einen kleinen Text im Prinzip geschrieben. Und ja. Ich fand es einfach so persönlicher, wenn ich den vorlese, anstatt ihn dir halt nur so zu schicken. Alles Gute, Patti. Es ist nicht immer einfach, aber es wird immer wieder besser. Du hast eine wundervolle Community und das weißt du ganz genau. Du bist ein wunderbarer Mensch. Du bist hübsch, nett, hast eine tolle Persönlichkeit und bist einfach super. Du machst immer tolle Projekte und generell tolle Streams. Du bringst uns immer zum Lachen und hilfst vielen Menschen, auch wenn du es nicht immer weißt. Heute ist dein Geburtstag. Das heißt, heute vor ein paar Jahren hatte ich eine wundervolle Person, welche du Mama nennst, zur Welt gebracht. Man kann jetzt mit Stolz sagen, dass ihr Sohn viel erreicht hat, dass er wundervolle Freunde hat und einfach toll ist. Du bist wirklich ein wunderbarer Mensch, Patti. Und das weißt du ganz genau. Deine ganze Community kann sich einfach nur bei dir bedanken. Für alle deine Streams, die du je gemacht hast. Du hast wunderbare Freunde gefunden. Wie Kiwi, Da, Kitty und so weiter. Ich hoffe, es geht dir immer gut. Und du vergisst nicht, dass du dir mal Urlaub nimmst. Verstanden? Also, Patti. Und dass du dir ein alles, alles Gute von Hansen und dass du einen wunderbaren neuen Lebensabschnitt hast. Viel Spaß dir noch beim Heulen. Ja, bye. Alter. Was kommen hier für Videos? Digger, Alter. Ah, Speed. Ey, da kommt Sagen auf mich zu. Viel Spaß beim Heulen. Ja, Finja. Äh. Äh. Danke. Aber Leute, echt ohne Scheiß. Dankeschön, wirklich. Ähm. Ich sag ja, ich stream echt super gern für euch. Dankeschön, ähm. Für alles echt, äh, mega lieb von euch. Mir fehlen die Worte, weil ich kann dazu echt nicht viel sagen, außer, ich find's geistetkrankt, wie viel mich, äh, dieses einfach sehr loben. Vor allem, erst mal, andere bodenlose Frage. Wie kommt man zu meinem Profilbild? Wie kam man zum Profilbild? Ich hab niemanden dieses Profilbild gesendet. Wie kam man zu diesem Bild? Und dann auch noch die Krone. Ich mein, das Spiel ist cool, aber... Wie kam er zu meinem Profilbild? Ich hab die nirgendwo geliebt. Das wundert mich jetzt, ehrlich gesagt. TNG-Dobbler, oder wahrscheinlich? Aber ich hab dieses Bild ja nirgendwo veröffentlicht, eigentlich. Ich, also, ich hatte es mal als YouTube-Profilbild, aber... Sonst wüsste ich gar nicht, wie man an die rankommen könnte, eigentlich. Dann, zu anderem haben wir noch was gekickt. Äh, und zwar einen Song. Ich hab einen Song auch noch gekickt, ey, also... Ja, äh, ich find das krass, was da alles auf mich zukam, ey. Es ist einfach... Heute ist dein Tag, Party, das wissen wir genau. Wir feiern dich, yo, Party, so wunderbar und schlau. Der fliegende Wohnwagen hebt ab in die Luft. Wir tanzen durch die Nacht und riechen Party-Duft. Happy Birthday, Liga-Party. Heute bist du der Star. Mit deinen Freunden so vertraut und wunderbar. Der Bierkasten fällt über... Du bist ein Arzt, doch! Mit dem Bierkasten-Pro! Wir singen dir ein Ständchen, und wir feiern immer mehr... Hier sind die Zunge auch schnell erwappen. Mit deinen Freunden so vertraut und wunderbar. Der Bierkasten fällt über... Voller Glückwünsche und mehr... Wir singen dir ein Ständchen, und wir feiern immer mehr... Alter, es ist so... Der gerben leuchten, hell nur für dich allein. Heute soll ein Tag der allerbeste sein. Der fliegende Wohnwagen bringt uns bis ans Ziel. Voller an deiner Seite und das ist, was wirklich zählt. Happy Birthday, Liga-Party. Happy Birthday, Liga-Party. Heute bist du der Star. Mit deinen Freunden so vertraut und wunderbar. Der Bierkasten fällt über... Voller Glückwünsche und mehr... Voller Glückwünsche und mehr... Wir singen dir ein Ständchen... Komm, wir feiern immer mehr... Heute ist dein Tag-Party, das wissen wir genau... Wir feiern dich, yo-Party... Alter, wie geil siehst du... Der fliegende Wohnwagen schwebt durch die Nacht... Mit Freunden deiner Seite wird heute nur gelacht... Nein, danke schön... Alter... Danke, 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 danke... Ey, das hört gar nicht mehr auf, ey... Ich kick DMs nach den ein oder anderen, ey, Leute... Also... Dankeschön... Mit dem von Herzen... Danke an jeden Einzelnen von euch, ey... Ich weiß nicht, was ich sagen soll... Ich bin leider nicht in der Lage, irgendwie noch mehr... Leider rauszuhauen, weil... Mir fehlen die Worte von den ganzen Leuten... Weil das ist mein erster Geburtstag, wo ich wirklich sagen kann... Ey, der wird echt sehr groß gefeiert... Obwohl ich daraus nicht ein großes, äh... Riesen-Event machen wollte... Eigentlich schon, aber... Trotzdem... Trotzdem... Ich find das so ein Geisteskack, also... Da kommen so Sachen auf mich zu, ey, wo... Äh... Nicht immer normales... Letztes, äh... Letzte war... Matthias... Äh, nö... Ich hab die nicht... Ich hab doch heute keine Zeit... Ich hatte doch noch nicht gekocht... Ich hatte einen Familienanruf... Ich komm heut zu nichts... Also heut müsst ihr warten... Heute... Heute schaff ich das nicht... Das dauert, das dauert... Ich kick heut nicht alles, äh... Durcheinander durch... Vor allem nicht im Stream... Während im Stream schaff ich das nicht... Das ist ganz klar... Während im Stream schaff ich das gar nicht... Ach... Ich schaff das definitiv nicht, also... Ne... Ich komm nicht hinterher... Und, äh... Mati DMs müssen halt warten... Oder beziehungsweise... Da komm ich wirklich nicht dazu... Weil... Ich kick auch tausend... Ich hab heut so einige Familienanrufe bekommen... Also... Ich schaff das heute nicht... Also... Heute ist so einiges... Äh... Los... Ich komm da... Jetzt heut leider nicht... Äh... Eines nach dem anderen hinterher... Da müsst ihr warten... Definitiv... Weil... Ich wurde echt überschwemmt... Mit allem... Da... Äh... Komm ich dir hinterher... Boah... Alter... Tag... Alles Gute zum Geburtstag nochmal... Dankeschön... Patti... Ja... Ich hab dich vorhin gefragt... Ja... Vor zwei Stunden... Drei... Entschuldigung... Äh... Ob ich dabei... Äh... Hast du das Paket schon geöffnet? Nein... Hast du das Video schon gemacht? Nein... Nein... Also... Das Paket ist hinter mir... Also hinter meinem Stuhl... Äh... Aber es ist immer noch zu... Alles... Es wurde noch nichts gemacht mit dir... Ja... Äh... Meine Frage war halt nur... Ob ich dabei sein soll... Wenn du das dann öffnest... Und das Video machst... Und dir dann sage... Äh... Du erregst erstmal... Von wem es ist... Und ich sag dann... Ob es richtig ist... Oder falsch ist... Mehr wolltest du nicht wissen? Äh... Ja... Das ist am besten... Glaube ich... Weil... Ich bin echt Zeit... Darin... Und alles verraten erst... Ich meine... Ich werde erst verraten... Aber... Ich werde das sicher nicht auflösen können... Bei jedem... Ja... Also... Äh... Sagst du mir dann Bescheid... Rechtzeitig? Jo... Ich bin... Ab 18 Uhr... Bin ich quasi... Na gut... Ich bin jetzt auch am PC... Aber... Weil auch die kleine... Ja, ja... Sicher... Ja... Nein... Das geht vollkommen vor... Also... Sagst du mir einfach Bescheid... Wann... Weil... Ab 18 Uhr... Bin ich... Tue ich selber Dinge... Äh... Ja... Aber da kann ich dann auch... Dazwischen kurz reinkommen... Ist gar kein Thema... Ja... Sicher... Da muss ich jetzt sowieso gucken... Weil... Kitty meinte so... Ich darf das Paket nicht öffnen... Wenn sie nicht dabei ist... Zombie wollte ja auch dabei sein... Darum... Ich weiß noch nicht mal... Wann ich das richtig öffnen darf... Weil... Wenn jeder dabei sein möchte... Ist das halt ein bisschen scheiße... Und ich darf es dir im Stream zeigen... Weil... Ja... Ein paar Dinge kannst du im Stream zeigen... Nur die... Die... Ganz bestimmten Dinge... Die darfst du halt nicht im Stream zeigen... Das kannst du dir ja dann... Wenn du das Paket... Und das Video gemacht hast... Danach ja... Die Dinge... Die nicht so schlimm sind... Kannst du den Leuten ja dann im Stream zeigen... Okay... Das könnten wir als Deal machen... Ist das okay? Ja okay... Damit kann ich vollkommen leben... Sicher... Weil du wolltest ja eh... Sowieso irgendwie ein Video machen... Keine Ahnung... Und das dann auch... Es war eigentlich ja... Eben... Aber ich muss ja oft... So auf YouTube... Da haben die Leute gesagt... Bitte... Du musst das Video sensieren... Weil sonst... Ging ich da in die Sperre rein... Und ja... Ja... Bitte... By the way... Ich kann dir eines sagen... Ich soll dir sagen... Liebe Grüße von meiner Schwester... Die ist auch so ein... Sozusagen überrascht... Oder... So ein... Sehr nervös... Was da drin ist... Ja... Äh... Ein Teil... Was da drin ist... Wenn du das nicht haben möchtest... Kannst du das auch gerne... Deiner Schwester geben... Sagst du dann... Liebe Grüße von Loki... Du Arschle... Was hast du... Was hast du getan... Dass du dich erst... Weil das Schwester sonst geben wolltest... Ja... Du wirst das safe nicht benutzen... Also von daher... Äh... Kannst du es dann... Deine Schwester benutzen... Oh Gott... Ich bin nicht ein Assi... Du bist ein Assi... Äh... Okay... Ich bin wieder raus... Bye-bye... Bye-bye... Wie ist das... Zeige Arschgeige... Wenn es dann ist... Was ich denke... Alter... Meine Schwester wird genauso... Kennen... Was sie damit haben... Alter... Wester... Alter... Wester... Ah... Ey... Wenigstens geht da... Lört... Also wie gesagt... Paket... Alles safe... Ich habe nichts gemacht... Ohne... Vorher von den Leuten... Die erlaubt ist... Darum... Alles gut... Paket ist zu... Alles... Keine Sorge... Ah... Hey... Die machen mich... Fertig mit ihrem Paket... Ah... Ah... Leute... Ah... Ich habe lange genug gelabert... Bevor... Bevor ich jetzt so fast sterbe... Ah... Wir gehen in Veloind rein... Wir gehen in Veloind rein... Ah... 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 Ach... Ich verkauf das heute... sonst lieber... Ich muss nur Velo... hoffentlich starten... Aber ich... 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 Aber wenn jemand sagt nein, am Arsch. So, jetzt aber. Wir gehen auf meinen Server. Ich bin auf meinem Server. Computer sagt nein, heute braucht er, aber heute muss er durchhalten. So, wir wechseln. Definitiver Fehlung. Bildschirmaufnahme schließen. So. Also Leute, seid ihr bereit? Wir wechseln auf Valorant. Wir heimst Valorant. So. 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 Bin ich wieder da, Internet hat es kurz gesagt am Arsch. Also warum lag das denn heute, das darf doch nicht wahr sein. Dankeschön Ryu. So. Ah. 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 Da war mich jetzt im Wrack. Alter. Du. Also du. Alter. Ich kann immer mehr richtig schreiben. Also du. Erza. Äh. Phoenix. Oder Phoenix machst du mit? Ich mein. Ich bin nicht auf dem Laufender, wer jetzt alles mitmacht. Ich mein nur er und Steffi sind safe. Äh. Phoenix wie sieht's aus? Das beantwortet irgendwie nicht die Frage. Hat er jetzt also auch heute. Ja. Unterlinis Probe. Unterlinis Scheisse heute. Ja. 20 Jahre. Velo. Will aber gerade nicht. Oh. Velo ist ein Arsch. Okay. Verstehe. Velo ist ein Arsch. Verstehe. Okay. Verstehe. Velo ist ein Arsch. Ja. Haben die Leute eigentlich die Berechtigung bei mir aufgetaucht? Ja. Haben sie. Ist normal bei Velo? Ja. Ist nicht toll. Ah. Ich bin jetzt halt jetzt und halb tot, was das angeht. Wird heute noch ein lustigeres. Ah. Da wartet mich heute so viel. Bin ich dafür bereit? Körperlich. Halb. Halb. Ich muss währenddessen, äh. Währenddessen wir jetzt da Geburtstag haben. Äh. Muss ich währenddessen, äh. Die ganzen DMs mal beantworten. Weil sonst heißt. Es wurde nicht geantwortet. Äh. Darum. Die DMs. Einer nach den anderen kommen jetzt. Um die kümmere ich mich. Zwischen. Nur wenn ich die Zeit habe. Aber sonst, äh. Sorry. Kann ich jede DM leider beantworten. Ich komm da halt richtig hin. Äh. Was auch mal vorsehen? Ich bin jäuser, wie du hast. Sag mal mal kurz, dasㅋ Entschuldigung. Bei mir O & A sub-ding auch erhöht klingt krank ich habe nur verdammten husten wo ich nie los werde ja den husten werde ich nie los ah loki ist wahrscheinlich dabei ja dann sind wir glaube ich dann sind wir die fünf leute dann haben wir die fünf leute weil wenn loki mitmacht dann sind wir fünf dann passt das wenn er mitmacht ich weiß es nicht aber ich bin nicht krank nein nein aber es würde schon das einzige große problem aktuell meine eintrittsansfrage beantworten ich komme sonst nicht rein ich habe jetzt gar nicht hingekommen gar kein problem sorry dass ich nichts gemacht habe hatte eigentlich was geplant aber heute hatte ich ein grauenhaftes vor dem ich ja ist denn die schlimm die ist ja nicht schlimm hallo hallo hi hallo 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 doch das ist schlimm ist die ich warte nur darauf bis jemand alles macht und dann heißt wieder alles doppelt und einfach zurück ich wurde heute als alter sagt was soll ich dann sein wenn du der alte sagt wird ihr seid alle jungen junge höpfer sehr jung ich sollte dir was du solltest mir gar nichts ihr solltet hört aber auch zu behaupten wie ihr schuldet mir was solltet ihr mir was jemand solltet mir was ob loki wieder loki loki kann ruhig dazu kommen das ist immer für was da ist in ordnung ganz immer fünf da muss ich mir kein kopf war dass wir irgend so ein random made haben und kannst du so mit controller pc velo zocken mach ich nie ich spiel immer mit tastatur auf wenn ich velo spiel also weiß ich nicht ich habe das jetzt vielleicht zwei mal auf der konsole gespielt ich bin klein ja ich weiß das ist ja das ist nicht schlimm also nur zur info mir liegt das paket wo 10,7 kilo hat und ich weiß nicht was die da rein gemacht haben sprengstoff ich weiß nicht wer hier alles beteiligt war ich weiß es ja nicht mal das wird auch das andere sein so ja du musst dann mal alles erraten wer da alles beteiligt war und ich wünsch dir noch viel spaß und ja bestimmt im briefkasten drin es äh also ich darf es nicht im stream zeigen es ist nicht werbefreundlich oder nicht unfreundlich ich muss es sogar auf youtube dann sensieren also ja leider darf ich euch das paket nicht zeigen wie gesagt aber ich darf euch vielleicht die sagen zeigen wo nicht schlimm sind aber ich darf ja nicht mal in das paket gucken weil die leute möchten ja mit dabei sein also die wo da beteiligt sind und ich weiß nicht wer da alles beteiligt ist hast du mal im fall du hast angesprochen ob äh sag ich der playstation version controller und ich bin grad auf dem briefkasten frag mich ey du fragst mich heute Sachen dein briefkasten ist die jungen aber ja point topi falls du noch da bist ich hab dich voll gern danke 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 ich bin jetzt hier einfach mit 370 schon hier weißt du ich dachte so vielleicht sind wir höchstens bis morgen fertig am Arsch das geht jetzt mal bis montag dienstag safe das problem ist ich bin ehrlich ich weiß nicht mal wie der timer eingestellt wurde ich hab einfach den timer irgendwie zusammengebaut dass der funktioniert ja und der rattert jetzt immer hoch egal bei was ob bei follower ob bei bits ob bei subs bei rage hallo 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 was geht alles was bein hat außer Fische und Stühle alles gut außer dass ich schon halb am sterben will mi 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 ich hör schon wieder nur mi 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 hallo 3114 sag nie wo selber beim Submarathon so glitert mi 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 das ist der unterschied ist ja du musst mehr leiden Papi viel mehr leiden als ich du weißt ich spar mein geld das kriegst du alles dreifach zurück ich spar das geld ja 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 komm jetzt einfach nicht halt zum maul genieß den support nimm ihn und friss ihn ich soll dir bei du ich soll dir von der ganzen familie weil ich hab deine sprache rechtlaufen lassen wer hat's natürlich gehört nein hast du nicht doch meine familie hat's gehört meine schwester mein vater meine mutter ich soll dir von denen aus sagen du kannst echt super sehen oh neee die Küche war wenigstens nicht gleich dabei das war gut ah ich bin so froh dass ich VTuber bin ja was hab ich vergessen ja aber die meinen du kannst das sehr super also die haben auch schon gemeint so ja weiß man eigentlich wie schnell wir aussieht hab ich gesagt nein man weiß nicht wie schnell wir aussieht hä klar weiß man wie ich aussieht ich weiß wie du aussieht aber trotzdem wie ein man das ist doch keine geheimnisse das ist doch keine geheimnisse ah ja logik kommst du mit du kommst mit wir hätten hier immer noch als Küken bezeichnet was soll der sein das wär's doch für immer sein Leibsküken ja wow thank you i agree das muss ich mir denken hey ich bin immer noch der Küchen Küchen ja ja ein Küchen ein Küchen ich kann eher sagen Bulldog drinnen hallo ob es tut also ich kann mich auch laut drehen ich hab ja 80 prozent manch wollte das mir erst wenn es vor schreien und party ja du wirst immer das kühlen bleiben also ich verraten dass der einsteller mark forster wie geht doch ich habe gesehen wie geht aussieht der sieht aus wie mark forster wie geht es dir so weit zu gut ihr müsst euch vorstellen schlaf hatte ich vielleicht vier fünf stunden aus weil hat mein handy geklingelt ich gucke auf des kurses und 40 darin familie anrufe aus den zehn verpasste anrufe also hätte ich echt durchmachen soll dann statt zu pennen aber jetzt hast du mehr energie ja familie hat auch alles vorbeigebracht die sind auch alle wieder weg aber haben wir schokokuchen vorbeigebracht hast du auch energy ja energy ist auch genug da die ganze palette red bull also die haben wieder genug besorgt also deine nieren werden fett tanken ja ich weiß ich weiß es ist auch sozusagen alkoholische getränke da aber das werde ich nicht im stream trinken weil sonst wird das schlimm enden by the way party ja ich habe dich sowieso bei mir eingespeichert unter party in klammern küken eine sache nur an die mitspieler steffi kennt ja party jetzt auch omen bitte mir überlassen ich mache nichts ich habe nicht mal freigeschalten also nächsten ich habe den doch ich weiß nicht mal ob ich den freigeschalten habe was freigeschaltet aber jetzt spiele ich auch mal mit er so ja diese begeisterung ich bin schlecht also weiß ich ob man sich darüber freuen kann sagst du zu jemand wo es da ordentlich gut hinkriegt hey party weißt du was ja was soll ich wissen du bist aber bleibst beliebt insgesamt egal was ok was wollt ihr mir ist das egal außer bei ray da bin ich raus da habe ich nicht ab jetzt einfach mal erster also einfach so weil ich aufs prinzip welches kann ja mal anwend ok ich muss mich warm spielen eine woche nicht gespielt ich habe ich habe ein halbes jahr nicht mehr gespielt glaube ich was soll ich denn sagen ihr spielt mit meinem faden kreis den vorhanden was ein haupt das werden ja gute runden hallo ich will ich will ja nicht sagen ich will ja nicht sagen aber drei hier sind drei profis einer wo das seit jahren spielt aber immer noch nicht hat und einer wo es länger keine ahnung ich glaube der ist in der falschen gruppe drin ich glaube auch hast du auch wirklich mit uns also ich bin ungefähr anderthalb stunden oder weil ich ab 17 uhr abbruch also ich kann eine stunde länger kannst du bis 16 uhr ok ich eigentlich bin ich gar nicht dabei ja aber weil scheiß wetter ist kann ich will die kleinen weist du hast du sie sagt 16 uhr was war es das letzte mal vier uhr morgens mein ping ist normal das ostern falsch angezeigt wird das mich erst mal lasst mich erst mal die stunden abbauen ok dann reden wir weiter nicht lang quatschen kopf in die nacken let's go ich will diese scheiß komplex so sehr haben ich will ja nicht mehr rausgeben was wir zu haben da ist die 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 spielzeuge die radiant bullock habe ich drin im shop und dann kommt der jenige der noch gar kein skin in diesem spiel gekauft hat ich habe auch nie was gekauft er hat auch nie was gekauft aber er hat eine drachenwende oder so ich dachte ich bin bei dem sap marathon oder so dabei ja aber rio du hast keiner der games wo ich ja eingeplant habe und zu einem so dass wir auch ein spiel jetzt einplanen können aber ich habe heute so genug miterlebt also dann weiß man okay okay sagen wir jetzt mal es kam so ein lost moment heute von der family dann weiß man das erzähle ich jetzt das wird man so überleben an der stelle wenn das meine oma sieht muss sie es überleben die ruft mich an die ruft mich an sie sagt ich brauch deine telefonnummer denk ich mir machen ihn gewertet oh die hat es so gewertet ok ich dachte immer das ist dein ding du kannst machen was du willst ich dachte nur ok das muss da erstmal rein kommen das war aber dann noch ein Moment von meiner oma ich bin ja nicht mal böse alles gut aber so erst schreibt sie mir morgens für so hallo patty ich wünsche dir alles gute zum geburtstag brauche deine telefonnummer ja du schreibst mir doch wo ist da der sinn das lasst uns ein läuft doch bei euch in den gehen ja und dann um 14 uhr wo ich eigentlich den stream abschmeißen wollte rufen wir mich an ruf die oma nochmal an sag ja hey alles gute ich brauche deine nummer du bist doch mit mir am telefonieren ja aber ich brauche deine nummer ich erkläre mir die logik also äh ich habe gesagt ja ist scheißegal du hast mich jetzt auf jeden fall angerufen ja dankeschön dann hätte ich zu der oma gesagt ganz einfach ihr oma chef du rufst mich doch gerade schon auf dieser telefonnummer an oder machen wir gerade rauchzeichen wir warten schon seit über einer minute was die los ist immer so wir warten schon über zwei minuten naja besser als wir ranken bei zwei minuten gehts los naja das heißt immer wenn wir anmelden gleich fissen gehen beigesteckt natürlich noch eine woche Submarathon bin ich dabei Rio gute idee ey du Schnee du hast auch bald Geburtstag also ja aber ich bin nicht so ich glaube du machst einen Submarathon sag die wo letztes Jahr sowas gemacht hat tja aber der war gottseidank milde deswegen mache ich ja keinen mehr wenn ich sehe was für Leute ich jetzt kennengelernt habe weißt du weißt du Zombies zu dir harmlos der tut nichts fang einfach einen Submarathon an leg einen timer hin und los gehts ja genau deswegen mache ich das nicht äh ok wie spielt man warte 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 hast du gerade gefasst wie spielt man ich habe ein halbes Jahr nicht mehr gespielt und dann kriegst du hier im Schirm drauf ach Gott du wirst so gequält ne du wirst nicht so gequält das wird voll lustig gut meine Schwester behauptet auch Sachen wo da in dem Paket sind wo ich mir denke nein das ist offensichtlich was hat denn deine Schwester für eine Vermutung der Gobi Poppe so blöd es klingt aber ja pssch 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 wir spielen mit Patti und wir kriegen so lame Namen we spiel mit Patti und wir kriegen keine komischen We spiel mit Patti hier ist noch nicht so tief drin Wir, wenn wir das machen, ey, wir haben Namen. Alter. Hast du nicht gesehen, ne? Weißt du noch, wo ich dir nachts um zwei oder drei war das, geschütztes Screenshot geschickt hab mit den Namen? Feature-Händchen? Ach, die waren schon wild. Moment, ihr seid schon reingeladen? Nein. Nein, nein. Das ist ein Ladebildschirm. Lampurl. Ich bin auch im Ladebildschirm. Also ich bin in der Charakterauswahl noch. Ich wünsche mal neu starten. Ah, wenn man einladen, die müssen neu starten. Ich kann ja nicht leunen, weil die Gruppe ist ja geschlossen. Nein, du bist automatisch drin in der Gruppe, wenn du alt F4 drückst und dann gleich neu startest. Du bist natürlich im Ladebildschirm. Auch so wie laden vor, schneller rein. Dann kannst du mir sie dauern, aber du kommst raus rein. Okay, dann hat der... Liebe Phoenix, den Bambus-PC. Deswegen dauert das so lange. An sich nicht mal so Bambus, aber Valorant macht heute alle gemeinten Probleme. Hast du, äh, hast du das Game auf eine SSD? Ja, ich besitze keine SSD. Das ist das Problem. Ich muss das leider schmerzhaftig auch erfahren. Weil ich hatte das vorher nicht auf einer SSD, sondern auf einer HDD. Und da hat er gemeckert. Da hat es auch Ewigkeit gedauert mit dem Reinladen. Weißte. Ah, ne, ich geh auch mal ins Wort. Das ist alles. Das ist alles drin. Ich kann das Game nicht mal schießen. Aber hey, du hast eigentlich viel gedrückt, du bist drin im Game. Okay, das ist ein Game. Ich geh keine nach B. Ach, B wird überbewertet. Die kann man ja noch auf A. Dann schau ich. Ich halte als ein Sieger rüber. Ne, 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 bleib du da drüben von mir aus. Wieso gehen meine Vendilatoren nicht? Ich hab die aufgeladen über Nacht. Was soll die Scheiße? Das ist so Scam. B. Ach, die B geht die erste Runde. Ja, die Smokka haben runter. Sind die besoffen oder was los mit denen? Alter, das sind meine Lobbys. Was erwartet ihr? Oh, Scheiße. 52. Okay, Brim ist tot. 15 habe ich nur auf die Sage. Wir brauchen das ja so. Plantenschmanken. 90 auf Shit. Aber die sind voll gerusht. Unter dir, Patti. Ne, hinten in dem Ding. Ne, kapuff. Gecko weiß man nicht. Ne, Gecko hab ich nicht gesehen. Gecko ist nicht geladen. Gecko ist auch ripp. Na dann. Gecko weiß es nicht. Gecko ist es nicht. Gecko ist es nicht. Gecko weiß es nicht. Oh Gott sei Dank. Der skin ist auch nicht aufgewertet. Erst bei kommt man, wie holt das paratet. Gott sei Dank. Wer hat ihn nicht auf. Das wird heute doch sehr los. Ja. Nur einen anderen habe ich schon mal aufgewertet. Ja. ich hab so gefühlt drei postkarten ist bekommen also zeit und von 60 ich habe vor allem gesagt es ist das schwierige an der ganzen sache ist mit diesen nägeln zu spielen holy shit du könntest genauso irgendwie jetzt genauso wie meine schwester seid aber ich weiß ja genauso mit so langen nägeln dabei sind die eigentlich die macht jetzt alles wir sind eine wenig war darauf dass wahl wieder ich wollte mal einen noch ja sind wieder weh ich bin drin immer aber ecke diesmal aber richtig der kam der fahrt anscheinend mehr zurück mit mir warum ist denn so hardcore wieder bei mir ich habe 130 kapitel Was ist denn mein Strahlen? Ihr seid alle wichtiger als große Worte in einem Protokoll. Verpasst aufeinander auf. So, ähm. Geht's nicht hier. Dankeschön, Kalina. Ich mach doch jetzt hier. Danke, danke. Dein Geburtssitzgeschenk hab ich auch noch hier, äh, noch nicht geöffnet. Mach ich dann, wenn ich wirklich alle Pakete öffne. Mittel. Die Jetty. Jetzt ich auf Jet. Jetty macht mich so arg. Ich hab den Healer schon mal weggemacht. Ja, was ist, hat's jetzt angemacht, oder? Ja, ja. Aua. Ne, ich hab nen Ping von 105. 130. Mal wieder. Minute. Mal wieder. Ich hab auch kein, äh, Programme im Hintergrund laufen, äh, die... irgendwas runterladen, oder so, oder was. Ich hab dich schon ab. Ja, Kalina! Du kannst dich halt abwartenfrei, äh, das wird's dann aber für's sehr schlimm. oh jesus scheiße ich hab eigentlich die kinder kriegt oder okay ich muss auch die wo ist denn der stoff der lump der stoff du hast meine ganze kiste gelootet du hast den stoff muss ich gucken nein wir reden von richtigen stoff party auch geil das gebäude von neu steht jetzt einfach hier und er baust nicht weiter mocken die drei kurz in das game reingehen und sich woanders in platzieren damit ich weiterbauen kann alle gleich so recht ist wie die wildes lille wenn ich ein roboter ist wieder depressiv wenn ich mal oben in der truhe damit ist nicht eigentlich ganz oben in der truhe doch entweder unten in der großen truhe kann ich nicht holen ja da müsste es glauben dass dies ganz in amos was ganz in ammo da ist der fisch dritte für 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 da die kannst du darauf kann keiner zugreifen auf die kiste ich kann sie nicht öffnen tatsächlich ja da guck ich nachher mal in ganz in amos ist es auch nicht drinnen da ist eine andere schwarze ja ich weiß ich weiß was die truhe ist ach so ja da sind nur waffen drinnen gerade also eine waffe nur von dir und die man nicht öffnen kann nur du warum kann man die nicht öffnen naja wenn jetzt schmeiße dann so raus das ist wahrscheinlich der persönliche ja ja sicher ich meine der bühne wird arbeit alles gut bis später ist dein persönlicher tresor loki trotzdem danke fürs reingucken dabei man hört sich später ja dann da ist aber nichts drin außer da sind halt nur waffen drin und in der schwarzen truhe die ich da hab da ist ein anderes drinnen ja da bin ich schon dran gewesen ja da muss auch der stoff sein und so rio hat schon wieder auf die tüche ja tschüss rio ja die dicks ist auch noch beim wasser ja die spiele auch nicht ganz groß hat sie deine will wiederholen das schattenreich ist anscheinend wieder größt hat sich was anderes gebaut loki damit kein schnitt neber ja ok du fünft die rene die nicht one shotted also party wir sind verteidigung nicht angriff du musst dann rein pushen du fünft die reine die auferste oh du bist hier dass für ach oh die wache die wache ich wache das Aber so wie sie dann schießt, wenn du vor ihr stehst, ist es so eine Scheiße. Einen Gegner! Oh, Leute! Nein! Okay. Okay. Sympathisch. Von oben sollte man auch nach oben gucken. Brauchen wir Beute. Ja. Dankeschön. Oh, schön. Also, ich hab ein bisschen was übrig. Aber Strecken! Steffi, da verkauf nochmal und lass Dix kaufen. Yes. Oh, schön. Ja. Wenn man immer den Sound hat, bleibt man halt wirklich das Bike. Alles. Ah, sie kommt wieder weg. Hm. Ich bin aber jetzt auch aussozial. Wir haben Spike hier. Haben wir den Spike? Haben wir den Spike? Oh, voll. Wir waren in der Ecke. Ja, in der linken Ecke. Ja, ich hab nix mehr gesehen. Was bei dir? Es tut mir leid. Es tut mir leid mit dabei, sorry. Oh, voll is gut. Bei April. Ah, das war schön von hinten weg geholt, die Sau. Der Partierei! Das hier rein! Ich gucke mir das ehrlich einfach nicht an. Ein Gegner übrig. ich sehe auf jeden fall ein ganz ganz komisches fadenkreuz bei uns ja 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 wenn die probleme bei parenkreuz haben könnte ich mal kreuzweise ja dann könnte mich kreuzweise das war auf karlikimi so mit dem besseren haben könnte das funktioniert ich könnte mich kreuzweise schon wieder menschen machte gut gut normal ist da nichts verleihet hat er von mir gelernt von daher motorrad fahren ist mir aufgefallen ich habe kein treibstoff und treibstoff habe ich glaube ich in der truhe ich bin mir aber nicht 100 prozent ja 80 auf stelle gedrückt sie hat mich sie hat mal geblendet ja ich habe es gesehen ich habe nur das neue seven days jetzt genau das bessere seven days und bessere daisy ja schafft er nicht mehr schafft es reicht und so er muss seine abilie diesmal benutzen lieber die waffe ich mal ausnahmsweise so look ich probiere den baum wieder das ist ja so weit glaube ich von der story oder das hat mich dort nicht ja gut ich bin schon beim nächsten dungeon ok die gett gott alter dieser objekt hat mir gegeben sind auch b-plänen ja 80 habe ich auch gegeben ja das war falsch hingeguckt die chat ist so fast ich habe alles noch schon wieder jemand mit so einer mit diesem band ich habe alles im pink auf jeden fall das die rotierung abbrechen die rotierung obwohl ich oft selbst getroffen habe ich wollte mich heilen und nicht die scheiße und das was ich konnte um die typen zu töten ich habe keine ahnung wo der ist ich habe ihn ins bike platziert sag noch einmal was geht mein fadenkreuz hat richtig gut mitgegeben du hast du noch eine sparrunde machen oder willst du schon mit bulldog rein ich mache glaube ich auch eine sparrunde und ich will nicht wissen wie der fadenkreuz aussieht aber ich nehme mir vielleicht eine ghost nimm den bucky bucky ist besser du wirst doch sterben wenn du nach b gehst ja ok dann bin ich dann halt auf alles mockt seite wie du da bist falls ich neues noch einloggen kann könnte er vielleicht sein häuschen auch ein bisschen rufen wenn wirklich natürlich dankeschön tobi grüß dich mein guter na wie geht's dir ja nie wenn er dann aufwägt auf aufwägt genau jemand ist bei erledigt laden ab jetzt steht der jetto aber der ding oben ist irgendwas oben laden ab geht nach b gb 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 laden ab kreuz oh mein gott der mittel ist zugeworfen dankeschön mein guter was ein beschissenes konzept gerade noch 30 sekunden ist ja bestens also kann mich nicht beklagen wenn das noch stimmt hat reiner 90 und 60 aber die einzig bestimmt wir kommen mit so was ich so an meiner babbel mit aber wohl aber ja die können ja trotzdem noch erst im 2 ich faller sagt wo es unbedingt schaue ich versuche das beste bei dir aber schaffts auch nicht immer Also alles gut, gar kein Problem. Wir können mit Schwandel reingehen. Danke. Soll ich Base morgen? Morgen? Wollt ihr B gehen? Ich würde doch liebst nach Hause gehen. Du bist zu Hause. Aber Tobi, wir können hier die Tage schreiben, weil ich habe noch einiges hinter mir. Also werden wir bestimmt die Tage mal ins Forte kommen. Noch einer über Mitte. Passt auf. Nein, er wird mich mit seinen Pollen abwerfen. Du ein lächerlicher Fight. Patti! Was denn? Du Kopf, Pottat! Patti, Pottat! Oh Mann, der war gemutet! Der ist mal gemutet, oh nein! Mach dir keinen Kopf, das mache ich schon! Sehr gerne wollen wir aus der Zeit langweilen. Das Problem ist, Tobi, jetzt muss ich mal was gucken. Moment. Meine Tochter? Äh. Entschuldigung. Hast du nicht, ist ja kein Problem. Ich muss den nur, Tobi, ich muss den F.A. schicken, weil du kannst mir nicht schreiben. Ich habe die Funktion, dass man mir nicht schreiben kann. Sei du mal nicht, auf dem Discord-Server. Mitte. Ah. Zur Mitte, zur Ditte, zum Sack. Ach, die Chat schon wieder. Sack. Mit der Spectra, genau! Auch wenn ich wieder mit der Spectran. Ja, und ich gebe hier 40 mit der Wendel, ist klar. Meine Ult ist bereit. Na, Pro verstecken sich denn. Ach. Ach, er ist so ekelig in der Ecke, ekelig. Okay, wir haben uns weitergelaufen. Ich brauche jemanden, der... Aber ja, wollten wir es in der Lage. Das ist jetzt sicher so ein halbes Jahr. Du hattest recht vor dir. Nicht nur, Jett. Hinter dir. Blockiere Bewegung. Aber wir sind befreundlich. Das ist anstrengend. Mein Fehler. Da können wir nachher machen zusammen. Naja, zum Zweifel der Wahrscheinlichkeit. Sein, aber alleine ist echt anstrengend. Ja. Noch 30 Sekunden. Ach, der an der Ecke auch noch? Okay. Ja, ja, wir sind noch an der Ecke sitzen. An der Ecke sitzen wir. Na, der G.W.N. auch. Aber, Tobi, ich schreibe dir jetzt die Tage. Hock da auch an der Ecke. Ich schreibe dir vielleicht morgen, wenn ich wieder topfit bin. Oh, ich schreibe dir vielleicht nicht mitgehe. Willst du wickeln? Ja. Dann fake ich auch. Okay. Wer hat Schampten hier? Patti! Hey, ich tu gar nicht. Uh, Ultgebete. Einer kommt vom Gegnersport. Gecko hat 111. Oben, Brücke. Ach, finally. Der ist gut, der ist da. Hast du besiegt, der wie? Glückst du hat dich holt. Ein Erntesamen, Loki. Ein Gegner übrig. Der ist da oben noch drin. Ich habe zwei. Oh, mein. Tobi, ich habe ein neues Pad bekommen. Sauber ausgeschaltet. Sehr schön. Neuliches Pad? Den Erntesamen. Der droppt, der Boss droppt den. Oh, mein Gott. Tobi, du hast auch einen Shoutout von mir mal weg von mein Guter. also wie gesagt ich soll vielleicht nicht mit und das ist nicht schlimm wie gesagt meine idee oder so mein bestes immer bei dir rein zu gucken wie kann man nur so geil auf mich sein danke dafür ein problem ich habe jetzt auch ein kill baum oder wie rainer war b kommt ein skill baum habe ich jetzt ja steffi etwas ein bisschen salzig nein ich würde steffi gestern erleben müssen bei monst human hast du dich aufgenommen das willst du nicht das wäre nicht gut gewesen ich habe das erste mal alt f4 beim spiel gerückt habe beim pc händisch ausgemacht weil ich kein bock mehr hatte du kennst das wort alt f4 ja steffi gerne das wort alt f4 steffi gerne das wort alt f4 hört sich sehr oft aber nicht vor wild street sondern eher normal alt f4 ok ich mache meine spiele auch nur mit alt f4 aus ich schalte die spiele normal aus ja pati du bist doch nicht in unserem alter die zeit habe ich dafür nicht wow jetzt kommt sie mit dem alter komm sei still die zeit habe ich dafür nicht deswegen drücke ich einfach alt f4 ja komm steffi ist da jetzt still komm jetzt bloß ich bin weiter wegen alt f4 ja pati wann spielst du alt f4 ja so wie bitte frag du auch an der kann dir felix kaufen ich brauche ausrüstung wann du alt f4 spielst damit ist shit alte f4 war eigentlich geplant aber gib mir mal bis höchstens die zeit einer kommt in die Mitte prim aufgefallen monster ist los oh oh jade ist ok achte ich auf prim der ist immer noch in der Mitte dunkelheit holen sie ein hi 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 jahri 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 wie sau deine geschichte endet hier kann aber geheilt worden sein von von rayner nein von rayner seltsch seltschmittel also von spawn dunkelheit ein gegner übrig Oh! Gewitter! Tobi, es gibt Gewitter, das heißt, wir können gleich bei dir kommen. Ja, es kann sein, dass es gleich bei Tobi Gewitter sind, wenn es bei mir ist. Vergiss es, gerade in Deutschland. Ich hatte es heute für eine Stunde, ein schönes Gewitterchen. Ja, gerade ist es in Deutschland. Du hast den Spike, am besten nicht mit dir gehen. Hallo? Du hast Spike. Echt? Ja. Steffi, rennen da! Ah! Okay. Ich geh nicht mehr Putty, wohin? Produziert. Neuer Steps! Ich jetzt der einzige, wo er hier hättet. Ah, okay, der Dame ist nice, muss ich sagen, Steffi. Oh, oh no, ein Deck schon wieder. Na klar, war er schon hier. War Zombie schon hier? Ja, natürlich war Zombie schon da. Was ist das für eine Frage? Loki? Hi, Kitty. Der Dame produziert spezielle Materialien, die zur Herstellung für Tränke gemacht werden, die einmal tötlichen Schaden abwehren. Kitty, ich sag 200 Subs mehr, muss ich nicht sagen. Phoenix, Mitte. Ich bin unschuldig. Scheißdruck unschuldig. Mann. Okay, den hab ich nicht gehört, ich hab nur den Brim gehört. Sorry. Ah. Hey, wir sind hier noch nicht fertig. Also, Kitty, jetzt bist du auch da, jetzt muss ich die Ätzung schreiben. Also, keine Sorge wegen euer Paket. Ich werd das öffnen, aber ich hab's noch nicht geöffnet. Doch, jetzt ist es nicht offen. Keine Sorge. Danke. Danke sehr. Ich hab' ich mit Guardian rein. Wie hab' ich bis jetzt noch kein Assist gemacht? Zombie, da bist du noch nett gewesen, hä? Zombie, ist das denn netter? Danke fürs Ding. Besser ist? Hm. Ja, aber Kitty, bis du jetzt Zeit hast, das sind drei Tage. Ich kann in zwei Tage nicht das Paket zulassen. Das geht nicht. Gott ist feier, die will ich spüren. Lili spielt Once Human, deswegen spricht's über Samen. Redmitte? Der hat ein bisschen Fetisch. Samen sind toll. Das ist true. Huck two! Huck two! Oh, der hat zwei auf B. Okay, die hat einfach sofort gewusst, wo ich bin. Ja, ich bin schon ne ganz alt. Letzter Leben, der Veränderter. Okay, was? Nee, 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 nee. Jetzt macht's aber an, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen, Digga. Ich hab' C, aber... was? Was ist das? Leon. Vermut' ich demnächst, weil Loki sich demnächst verpisst. Hä, was? Wollen wir noch mal weiter oder Bulldog? Ah, Bulldog. Die fragte gerade, ob Platz ist. Du, Birgert, Lilio, bist. Überblick. Halb. Halb bin ich weg. Halb verpisst dich, Loki. Okay. Dann sehen wir ihn nie wieder. Jetzt aber! Der kommt halt so wieder. Nee. Was denn? Nee. Ja. Ab 18 Uhr sind wir dann wieder halb anwesend. Nee. Aber Arschle nicht! Ab 18 Uhr spielen wir uns Human, der kommt nicht wieder. Ja. Da spielen wir uns Human. Das Spiel ist wichtiger als Velo. Und geiler. Bisher. Das ist wieder so ein Hype, wo vielleicht ne Woche hält. Am Arsch ne Woche. Die Beta war allein schon länger als ne Woche. Tim, was halten wir davon, von der Aussage, dass du uns Human nur ne Woche halten würdest? Ja. Stimmt. Ich hatte eh nicht wechseln. Ah. Du musst mir denken, ich muss das sowieso ein bisschen verlegen. Weil viele haben kein Online mehr. Mario Kart Online ist abgelaufen. Also für mich nicht. Ich hab's gesaved. Ich hab meine Ult, du kleiner Pisser. Hehehe. 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 Dasällt mir. A steering biller R versus losn. Dankeschön. Dankeschön, Lucy. Vielen Dank. Für Toda Monastroom hat mich Тут... Schade, ich hab mich echt sehr gefreut, aber... Das holen wir da. Das holen wir da. Aber Lilly ihhh, du brauchst nur Kiess und Köle. Oder Da, also Lisa, weiß ich, das mache. Ich bin Schmatzofen, Ha 가격's. Ja, ich muss ja mal gucken, dass ich mein Motorrad wieder vollkriege. Du musst Autos looten. Ich hab genug, glaub mir. Warte. Oh, ich hab schon gefahren, weil die hier kommen. Aber ich hoffe, es geht so weit so gut, Lucy. Dankeschön, vielmals. Oh, ich hab einen Spalk. Oh, nein. Spalk, Spalk. Oh, nice. Ja, und ich hab bis zum Ende der Runde überlebt. Danke, Loki. Die Flagge konnte ich nicht sichern, weil der Kommandant wollte. Ja, ja, ist gut. In dein Popül? Aber wie gesagt, war alles super. Aber... Vor allem, was mich jetzt wundert... Obwohl, eigentlich für dich... Die Fremini ist also so okay. Ich hab abwarten. Pass auf, die kommen gleich mit Abrissbierne rein. Hier! Ich war... Da war's! Die haben gesagt, die kommt... Ah, Huti! Kitti! Ist Kitti noch da? Ja, Kitti ist da. Doch! Hä? Was ist denn da? Kitti, 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 Kitti. Loki, beruhig dich. Nein. Doch. Okay. Ähm... Ja, er hat mich im Datum vertan und dachte ich hätte es sein, aber... Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, Lucy. Also... Es haben sie viele vertan. Zum Beispiel Erza und Cookie meinten gestern. Also ich hab gestern den Stream gehabt, obwohl der heute ist. Lucy ist momentan lost. Ähm... Ihr müsst Phoenix einladen, ne? Ich glaub, Kitti ist doch nicht mehr da, die es haben. Oh, der Bus. Erstmal lupen. Also ich seh grad, das Tri-Force gibt's mir im Moment. Was? Tri-Force? Ja, das Tri-Force. Oh, siehst du, das Tri-Force. Kitti, ich hasse dich. Warum? Weitermachen. Ach, deswegen konnte Kitti nicht antworten. Weitermachen. Davy, wann töten wir den Bus? Warte, ich guck auf Handy, ich zeig dir, wo ich das Tri-Force sehe. Was für was? Wollen wir den Bus töten? Happy Birthday! Den kannst du nicht töten. Echt nicht? Ist das ein Scherz? Nein, das ist nur ein Daily. Log in. Ja geil, wir sind wieder bei 80 Stunden. Freu dich doch. Also ich mein, der steht, der ist in mehreren Gebieten. Und wenn er sich dann hinsetzt, irgendwann, egal wieviel Chani macht, könnt ihr einfach Kisten looten, die könnt ihr Daily abholen. Daily, dankeschön für 15. Verschenkte Samts, dankeschön. Und Daily, du würdigst das nicht, Alter, ich schwör's nicht. Oh, by the way, Kitty, Loki, wollt was von dir. Partei, man muss hoch. Partei, man muss hoch. Partei, man muss hoch. Ah, ist das frei. Kitty, du bist am PC, weil sonst würdest du nicht tappen, Loki. Vergiss nicht, tappen am Handy kostet nicht mehr. Ja, 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 hab ich vergessen. Kitty, komm mal ein Talk ein, Talk runter. Muss ich was sagen. Der ist schammt, du stinkst. Ey, jetzt kommt irgendwas ganz anderes. Ich hab'n Tochtpüree, ich bin glücklich. Ich hab'n tolles neues Patch, Steffi. Welches? Äh, diesen Samen, den ich grad meinte. Der produziert für dich Materialien, dafür kannst du dir so eine Tau- Lauttränke machen, die werden einmal einen tödlichen Schaden ab. Steffi? Nö, Steffi gone. Kann jemand meine Beitrittsanfrage annehmen? Danke. Äh, bist du rausgegangen? Ja. Oh, jetzt hätt' ich fast Adi, jetzt hätt' ich fast Adi eingeladen. Hm. Der Moment, wenn ihr halt das gleiche Profilbild drin habt. Ein Moment, das ändern wir. Wo war das nochmal? Sammlung? Okay. Okay, Steffi ist offline. Ah, hallo? Hallo? Wenn die Wähler das sich bald fixen. Dass meine Grafikkarte jedes Mal crashen, nicht raustappe. Nö, das ist Vanguard, das wird nicht gefixt und League hat das Problem ja auch schon. Blacky hat zum Beispiel einen, nicht keinen schlechten PC. Blacky bekommt einen Blackstream von Vanguard. Und darf dann nichts mehr machen am PC. Fuck it, Alter. Riot Games be like, ey, wir packen euch Vanger drauf. Dass wir aber Huren sind und euer ganz PC damit bumsen können, haben wir nicht gesagt. Sie schreibt nur Fake Mail. I mean, das ist immer noch sozial als der Aris kennenlollen in letzter Zeit. Nö. Also ich bin ehrlich, ich würde tatsächlich lieber den Aris den kaufen als dieses Velo-Banner jetzt. Nicht gegen das Velo-Banner, für mich ist das halt eine Stargardia-Avklatsche aus League of Legends. Lass uns bloß nicht Kitti hören. Ich hab kein Problem, das hätte ich zu sagen. Ist das auch. Ja. Es ist die Wahrheit. Es ist ein Stargardia-Avklatsche. 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 Ja. Velo hatte keine neuen Ideen mehr, also müssen sie jetzt einfach League rausnehmen. Aber, ihr muss tatsächlich sagen, bei dem Aris den würde ich den 50€ sogar noch kaufen. Aber nicht den 500€. Ich wollt grad sein, das ist 500€, nicht 50€. Das Ding ist, den kann eh keiner spielen. Ich ban Ari permanent. Auch weil ich mit Lain Anivia spiele. Kein Bock gegen Ari zu spielen. Aber ne. Tatsächlich ist Vengard echt absolut scheiße. Ist auch scheiße. Aber ist ja auch schon fast antik. Vengard schafft es tatsächlich. Blacky hat ja jetzt momentan ein CPU-Kernproblem. Vengard schaltet seinen CPU-Kern aus. Wodurch der PC sich ausschaltet. Also wenn Riot Games bitte irgendwie sich irgendwas mit Antisheed machen möchte, dann sollten sie mich einfach gar nicht Antisheed machen. Scheint ja auch nicht so funktionieren. Aber immer noch besser als das GTA Online Antisheed. Also es gibt kein gutes Antisheed. Also ich hab noch nie jemanden in Schach schieten sehen. In wo? In Schach. Gib mir einen Moment und ich glaub das. Also willst du auch in Schach schieten? Das Gameplay? Neue Figuren? Was halt tatsächlich wirklich extrem nervig bei Vengard ist es halt. Auch dass du jetzt bei League keine Skins mehr verwenden darfst. Custom Skins. Oh, Kitty kommt auch gleich dazu. Jo. Okay. Ich hab auch keine Custom Skins mehr verwenden bei League. Party? Ja? Ich muss meine Aussage von vorhin etwas umschreiben. Sag dann deiner Schwester einen schönen Gruß von Kitty und mir. Wieso? Was ist jetzt wieder? Ja, bei dem Geschenk, was du eventuell sehr wahrscheinlich nicht nehmen würdest. Aber egal. Das siehst du dann. Das siehst du dann. Aber ich darf... Andere Frage. Andere Frage. Darf ich's heute überhaupt noch öffnen? Klar. Nur nicht im Stream. Danke. Das weiß ich auch, dass ich sonst gesperrt werde. Danke. Das ist korrekt. Die harmlosen Sachen kann er im Stream zeigen. Aber Party, ich sag dir, ich hab nichts dazu gegeben. Ja. Aber ich muss dir keine Gedanken machen. Ja, ich kann dir dann alles sagen, wer dazugegeben hat und so weiter und so fort. Ja, halbwegs. Wie gesagt. So vier, fünf Leute bin ich mir safe, wer da jetzt beteiligt ist. Sonst hab ich keine Ahnung. Ja, ich nicht. Ja, wo bleiben? Hier. Es geht nix. Ne. Steffi ist raus. Steffi ist raus. Steffi ist raus, weil Vengard hier ein PC gefickt hat. Mein PC ist gefickt. Ich kann nichts nutzen. Ich muss jetzt mal alles irgendwie manuell schließen. Es geht kein Video im Studio. Es geht kein Tits. Es geht gar nix. Es ist halt wieder Vengard, Loki. Ich mach jetzt mal Folgen. Danke sehr, Riegel. Danke, 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 mein Guter. Danke, danke. Ich hab aber das Gefühl. Ne, ist aber auch lächerlich, dass bei Blacky einfach die Kerne deaktiviert werden, wenn er Vengard hat. Ich hab jetzt nicht raus. Möchtet ihr irgendwer ein Shoutout machen? Ich tapp jetzt nicht raus. Danke, Steffi. Danke, Steffi. Riegel. 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 Das ist so fain. Das ist normal. Das funktioniert halt gar nix. Das Model reagiert nicht. Die ganzen Programme sind zwar offen, aber ich hab keinen Zugriff drauf. Ne, der aktiviert den Encoder-Fehler. Dann. Dankeschön. Das ist normal, weil deine Grafik hat mich deaktiviert durch Vengard. Dadurch entsteht ein Encoder-Fehler. Das hatte ich ja auch mit meinem Monitor, Steffi. Riegel. 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 Dankeschön, by the way. Ja. Viel Spaß auf der Arbeit. Happy birthday to you. 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 WelD? Was ist denn da für ein Schimpanzer? Oh Crack! Danke. Ich war gerade sehr verwirrt für eine Sekunde. Ich dachte auch irgendwann, wer ist da erst oder? Hallo verwirrt, ich bin Lilly. Sie warte ein Hallo. Sehr verwirrt. War nicht schön. Nein, ich dachte erst, wer kam da auf den Server. Ich kann nochmal, warte! Das kommt jetzt. Ich möchte, dass du das Normal startest, du Blödmann. Fehlt ja nur noch, dass Discord auch noch Stimpferserre einfügt für Nitro. Dann dreh ich aber durch. Dann dreh ich dieses Programm und... Oh egal, mal kein Wort. Ech? 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 Wollt ihr die zu mir holen? Oh, nee! Also... Ich weiß noch nie, was ich sagen soll zu dir. Ich weiß actually gar nicht, wie der sich anhört. Kannst du alles E und E nachhören? Ja, für B2. Ey, knack ich wieder so schlimm? Mies, die Reibeschik... Also... Ich will ja nicht sagen, aber bisher hat meine Family... ...wirklich so gemeint, wo sie das von Steffi gehört haben. Zink die! Knack ist wieder so schlimm, Leute. Knack ist so schlimm. Ne, es kann gar nicht... Ne, nur der Voice... Nur der Voice... Das Voice-Ding war das. Aber die erste Stimme hat funktioniert, ne? Ja? Ja, auch so... Halb. Hm. Also, Party. Ja? Franzel, das soll eigentlich oben sein. Franzel, ja... Keine Ahnung, ganz klar. Der hört sich nur wie oben an. Warte, warte. Nö. Ey, der hört sich an, als würde der gerade aus der Kloschüssel reden. Ja. Ja, möglich, keine Ahnung. Aber hier, ich schick mal was hier in den Live-Channel. Moment. Wie ist der hier im... Lego wird zum Verdiener, ich merke schon. Mena sehte. Ich hab nicht gelohnt, das soll der sein. Dankeschön, danke. Danke, danke an jeden einzelnen von euch. Danke, Lego, danke. So. Danke, Kaga. Danke, Party. Na, warte. Ich muss jetzt erstmal hier in da hin. Jetzt einfach, äh... Ohne Start... Dings hin. So, Kitty. Ja. Ja. Warum kann ich als Bot keine Leute ziehen? Auf Party-Server. Das ist gut, dass du Kitty fragst und nicht mich. Obwohl ich auch alt admin hier bin. Nö, der Party hat mir nur gesagt, Ionia oder Kitty. Ey, ich hab Lady auch gesagt. Ich hab Lady auch gesagt. Lady auch gesagt. Lady auch. Wow, ich... Hat der Lilli gesagt? Ich hab Lady gesagt. Ich schwör mein Gott. Ich hab Lady gesagt. Ein paar Wochen mal gesagt. So, darf ich den Charakter wechseln, ohne dass VTuber Plus sich jetzt aufregt? Lady kannst du... Um deine Frage zu beantworten, Loki. Ich bin scheiße. Okay. Ach, das ist korrekt. Das ist korrekt. Also, das ist gut zugehört. Ach, der Geburt. Danke. 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 Danke, Praso. Dankeschön. Ich hab dich zugehört. Probier mal jetzt, Loki. Ja, okay. Ich hätte für euch mal kurz Party. Wieso nicht? Warum? Wann die mir da alle zu selber quatschen? Ja, was, was los? Happy Birthday to you. 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 Happy Birthday, liebe Party. Happy Birthday to you. So, bitte schön. Danke schön. Jetzt. Danke, danke. Okay, ich bin gleich wieder da. Okay. Weißt du, ah nee, ihr seid voll, ne? Sie ist ja geflogen. Ich weiß jetzt nicht, Loki muss ja gleich, glaube ich, weg. Ja, ich würde jetzt noch einen Swift Play machen. Ja. Mitmachen, tatsächlich. Weil ich muss dann auch gleich einkaufen gehen. Ja, na, das passt so. Weil, wie gesagt, Nahi, falls du da bist, ich hab gar keinen Überblick heute. Rio, bei dir wundert's mir nicht, dass du nicht zuhörst. Bei dir ist das nichts Neues. Oh, Alter, was wollen denn die Leute hier alle? Ich mach mal trotzdem Velorant, weil ich muss sowieso in meinem Shop etc. Ich hab gesündigt. Sag nicht, du hast aufgeladen. Was? Mein Kitty. Ich hab's so hart gesündigt. Kitty hat den Saga, den Verschnitt du und Phoenix. Wie können die Leute hier nur reinpayen, die Velo? Das sagst du? Ja. Mit deinen 4.000 Valorant-Punkten? Die hast du auch selber. Wow. Wow. Ganz kurz. Das ist ein ganz anderes Thema. Nein, das ist gleich ein Thema. Nein. Nein, nein. Diese Punkte sind oben, seit ich diesen Account habe. Seitdem sind diese Punkte hier oben. Also hast du direkt zu Beginn reingepayt? Nein. No. Nein, man hat nur zu mir gesagt. Das ist Echtgeld-Währung, Putty. Ja. Und ich hab von einem Kumpel sozusagen Guthaben bekommen. Er hat gesagt, hol dir irgendwas von Velo. Der einzige, ob Putty wirklich dein Maul halten sollte. Ob dein Kumpel oder du, es wurde in deinem Account reingepayt. Aber ich hab dafür nichts investiert. Der einzige, ob die Putty sein Maul halten sollte, wäre tatsächlich, wenn wir darüber reden, dass er in Fortnite zu viel Geld ausgegeben hat. Und in Smite. Na, Fortnite ist schlimmer. Deutlich schlimmer. In Fortnite spielt er wenigstens lange Smite-Spiel. Fortnite holt er sich den scheiß Battle Pass direkt auf 100, wenn der kommt. Können wir bitte das Thema wechseln? Nein. Das heißt, Putty, du payst selber. Du hast auch in Dead by Daylight unglaublich viele Aura-Zellen. Das war einmal. Ich hab nie wieder hochgepaint. Dafür hast du aber keine Hypothek aufs Haus aufgenommen. Das ist egal, Putty. Geld hast du auch in den Spieler reingeschmissen. Sind wir jetzt auf einmal in einem Zoom gelandet, wo wir über Geld reden? Also, das ist für mich Neuseeland. Wenn wir dann in der Geldthematik sind, wollen wir darüber reden, was bei dir zu Hause ist? Also, warum fliegt dann Geld? Wir haben... Es sind P-Cheese! Verständlich. Weißt du, hier sind einfach... Eigentlich gefühlt nur Mods. Ich kann eh mal was fragen. Du kannst was sagen. Let's go! Ich hab das Spiel noch gar nicht offen, aber egal. Mega cooles Video. Dankeschön, das ist von Kitty gemacht. Was hat mich gemacht? Du hast mein Modding gemacht. Du hast mein Modding gemacht. Hast du? Ach so. Da rennet dich schon gar nicht mehr. Ich weiß doch gar nicht mehr, dass du für mich ein Modding gemacht hast. Naja, das kann ich ja auch hier! So. Äh... Ja. Dinge tun und so. Was ist das? Was hab ich gemacht? Will ich wissen, was du gemacht hast? Nein, nein! Aber das ist... Ich mach das aus! Nicht! Nein! Geweckt! Nein! Was hab ich gemacht? Bis da ist Steffi wieder am Leben ist und alle. Werde ich jetzt mal das zeigen, was Mai gemacht hat. Ja, ist doch richtig. Hallo! Hallo! Ja, mein PC hat einfach grad 5, 6 Advents hintereinander rausgeschallert. Ich dachte so, hola die Walfe, du gebärst ja wie ne Sau! Ja, ne? An alle, die das jetzt... An alle, die das sehen, das wurde von Mai gemacht. Das hat Mai gemacht. Jetzt chill mal, ich muss das wieder ane starten, man jetzt liegt doch nicht hier alles. Das wurde von Mai gemacht. So, ich werde lieber wieder rein sitzen. Shoutout an Mai Momosomo, aber gleichzeitig muss ich auch leider sagen, Mai, äh, das... Der, Patti ist zu breit. So breit ist der nicht. Der ist auch zu sein Cut, der hat keinen Cut im Nacken. So muss gucken, der ist ja bei Sau, immer nicht, ne? Sag ich nichts, ich hab seinem Model auch ein Sixpack gegeben, okay? Aber so breit ist er nicht. Ansonsten eigentlich super. Aber ich muss auch dazu sagen, und das sagt Mai auch jedes Mal, sie kann keine Männer malen. Die kann auch keine. Das heißt, Patti ist... Patti ist da mit ne Premiere. Der erste Mann, den Mai gemalt hat. Ja, tatsächlich bin ich das Versuchsobjekt. So. Aber sehr gut für den ersten Versuch, wirklich sehr gut. Das muss man, ja. Ich hab heute versucht, meinen inneren Mann zu zeichnen. Ich hab's, ich hab herrlich verkackt. Wie so armer Kerl, wie so armer Kerl, was hab ich getan, ey. Ich hab ihm einen eigenen Avatar gegeben. Aber ich muss den erst mal zeichnen. Ich bin den super, also. Darum ist es auch mein neues Disco-Profil. Ja, besser ist's, my friend! Also denkt ihr wirklich, das, was ihr für mich macht, verwende ich nicht? Wollt ihr mich ja parschen? Na, dann bin ich mal gespannt, ob du das verwendest, was... Alter, ich will doch nicht wissen, was das Paket ist! Was? Das ist ein anderes Thema. Nein! Wir müssen echt mal eine Passe zusammenlegen und Patti eine Katze kaufen, wo steht, das ist ein anderes Thema. Blockbär, das nacht. Nein, wir müssen sie was anderes geben. Das Problem ist, meine Schwester hat so gesagt, so, wenn sie dann weiß, wann ich das Paket öffne, sie möchte live dabei sein. Oh no! Oh man! Oh scheiße! Mama, ich glaub ich hab nen Termin! Deine Schwester wird mich danach hassen. Oh, mich auch. Mama, ich hab drei Termine! Das hier draus! Oder deine Schwester ist so cool, dass sie dann sagt, ja dankeschön, Kitty und Loki. Schwesterherz, Besserherz, kannst du mal kommen? Die killt mich! Die kackt mir meine Augen aus! Mh... 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 ich muss mal kurz den stream beenden weil anders geht das jetzt nicht weil ich muss einfach ein pausen screen hin machen geht ja nicht ich muss die kamera nicht benutzen ich brauche die camp für discord und für obs also ja wobei ich hab noch die zweite camp die weiß dass er ein geschenk von mir bekommt und wenn er das heute nicht benutzt party dann mache ich dich heute zur frau das verspreche ich dir aber wenn du das gleich nicht aufsetzt mein freund dann dann kracht da ich schreibe da gleich was dazu aber ich weiß nicht wenn ich auch bitte also kann dann kitty gerne mitmachen oder so keine ahnung und ich muss ja dann auch einkaufen ich muss erst die her platzieren weil das wir gucken also mein stream gucken deshalb wenn wir so ein bisschen content weil ich habe den stream gerade gestartet ich kann den nicht mit ab und und die anderen es tut mir sehr leid aber für meinen chat mal eben ich habe hartgesündigt wir haben gestern auch darüber geredet das ist kein problem du hast du mit 100 euro also du bist hoffentlich für pummel party uns dabei ist ja doch hat sie ok ich wusste zu ihm auch mehr also aber auch ich bin nachher wieder da ich muss kurz die aufnehmen und in probierest du sie ok war wir je